Ich grüße dich herzlich. Mich hat eine E-Mail erreicht, eine sehr gute, sagen wir mal, Mensch, welche kommuniziert mit mir über längere Zeit, hat ihr neugeborenes Baby verloren. Und die Mutter natürlich schmerzt im Herzen, ist noch sehr frisch, weil verlieren etwas oder loslassen jemandem, leicht gesagt, aber mache es. Und durch das, was die Eltern haben gewünscht sich und erwarten, und dann plötzlich geht das Wesen, die sind natürlich erst gezwungen, mit sich selbst klarzukommen und Frage stellen, vielleicht ich irgendwo Fehler gemacht. Aber du hast alles richtig gemacht, glaubst mir. Du hast absolut alles richtig gemacht, so wie es sein muss. Wieso ein Baby kommt und wieso gibt es Komplikationen, Mensch, Schwangerschaft, obwohl es Mensch ist bewusst, Mensch ernährt sich, Mensch hat einfach bewusst zu allem vorbereitet. Wieso gibt es solche Komplikationen? Wieso soll so eine neugeborene Wesen gehen? Ich kann nur etwas sagen, was ich empfinde, aber es ist nicht hundertprozentig, dass es genau so ist. Deswegen seid ihr nicht so ein, sondern hört ihr lieber auf eure Herzen. Aber hast du schon Frage gestellt, vielleicht durch diesen Prozess gibt es eine Chance, eine Möglichkeit, etwas weiterzuerkennen, zum Beispiel ein Leben zu schenken und ein Leben zu schenken und geben dir die Chance, ihr weiterzugehen, einfach sofort loszulassen. Einfach vielleicht gibt es da Grund, dass ein Mensch soll erkennen, dass alles kommen kann, aber auch sofort gehen kann, in jedem Moment, in jeder Situation. Es ist da und gleichzeitig nicht da. Es wird geboren und sofort gehen muss. Und was ist schon Geburt? Für mich ist Geburt, dass es ein Tod und Tod ist eine Neugeburt. Und wer weiß, vielleicht sollen wir durch solche Situationen alles erkennen, dass es nur der Moment ist. Nur dieser Moment ist da. Und diese Seele einfach sich entschlossen hat, zu zeigen, wie schnell es kann sein. Dieser Moment, der ist kostbar. Es gibt keinen Zeit und Raum. Du kannst natürlich genießen, Jahre, lange Jahre mit Kindern. Aber in Wirklichkeit, dieser Moment ist nur plus da. Und diesen Moment kannst du volle Kraft jetzt genießen. Und wenn er gehen soll, sollen wir loslassen. Und dann unsere Herzen für einen neuen Moment öffnen. Und ich weiß, dass du siehst jetzt dieses Video. Und ich weiß, dass du wünschst, sich weiter ein Kind. Und wenn du dein Herz öffnest, einfach öffnest und gleichzeitig bereit bist, einfach alles loslassen. Da kommt zu dir wieder Seele, welche bereit mit dir viele Momente zu erleben. Und du wirst einfach dankbar sein für jeden Augenblick. Du wirst sehen, das Leben aus anderer Perspektive. Ich weiß nicht, ob ich getroffen habe oder nicht. Was mein Gefühl sagt, was meine innere Stimme sagt. Du sollst deins hören. Aber wenn ich dir geholfen habe, einfach zur Perspektive von anderer Sichtweise verändern und anschauen, dann bin ich froh. Wenn nein, frag dich bitte. Und du wirst die Antwort hören. Und denk dabei, wir sind immer eins. Es geht nichts, etwas verloren. Es ist alles gleichzeitig da. Sofort da. Und gleichzeitig nichts da. Es ist vom Verstand nicht mehr erfassbar, weil Verstand ist begrenzt. Das ist materiell Verstand. Aber alles ist nichts. Quasi. Und gleichzeitig können wir das dann etwas. Aber das alles, was ist da, das ist das Nichts. Das ist, wie ich sollte ja sagen, das ist das Gefühl. Und dein Baby auf jeden Fall mit dir verbunden. Auch jetzt. Ihr seid eins. Ich wünsche euch und deine Familie alles Gute. Und dukst.